Hallöchen Freunde und ein herzliches Willkommen zu Starboard! Am Start ist Eulinchen oder Zoe. Kuckuck! Hühnchen! Und der kleine Katerchen. Wilhelm, wie heißt der eigentlich? Das ist Kuhchen. Schlau mal drüber streichen. Oui, oui, gucci, 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 gucci. Moinjo, gucci. Er mag heute nicht. Okay, dann eben nicht. Oh süß. Darf ich auch streicheln? Oh, Herzchenkrieg. Cool. So. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Mit E. So. Okay. So, was haben wir denn alles hier am Start gehabt? Herzchen! Ja, wir haben erstmal gesagt, dass wir hier jede Menge fahren wollten. Richtig. Ich nicht blenden. Ich blende dich nicht. Ach guck. Ach so, ach so. Ah. Ich blende dich auf. Blend, blend. Ah, Leucht. Uuuuuh. Yeah. Wie war das? Ich blende dich auf. Oh. 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 Ich guck, wo die der Hock. Nein. Auf die Uhr sein. Ach so. Okay. Ja. Und dann? 1, 2, 1, GO! Geht doch nicht. Mit E und dann hier auf die ganze Erde. Ging bei mir nicht. Vaterchen war im Weg. Und weil du gebeamt hast, konnte ich noch nicht. Guck mal, hier ist Holz. Groß Holz. Warten wir auf. Dann soll ich alles aufsammeln. Oh. Oh. Ey, so viel Holz, so Wahnsinn. Dann. Da musst du ganz unten nach dem Schlammeln. Oh, da geht's mal oben? Ich teste mal oben auf das. Ah, siehst du, da bleibt ein Stück übrig dann. Toll, da steht ein Stück übrig. Ja, hier ist auch ein Stückchen. Ja, hier war ich auch getestet. Ja, das ist von dir. Nee. Knack, ouch! doch, ah, nicht. Ich wollte ein Stück ab. Ja, das ist keine Lust. Ach, ihr seid keine Frage, die Knöchung. Und da sitzt jemand. Ah, die ist einfach so. beratschande. Achtung, dachschande. Achtung, dachsch Choice Mecharen. und die pflanzen die da hängen die kannst du dir auch sammeln mit dazu beschwert kannst du das besser an kaputt machen nicht so schnell einfach ich stecke fest oh der ist böse ja ich hab's geschafft aber noch was der typ ist böse ja achten wir schießen ich mein schwert im ausfahrdrehen ich hab ja ich hab ja das es gibt zwei attacken die andere attacke wenn du recht brauchst das drückst drehst du dich einfach ach so dass eine fähigkeit okay meine fähigkeit ist das hier was ist aber das hier menschen die batalien die 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 Der ist so süß unten. Das ist ein Mini-Gurchen drin. Na gut, ich holze mal noch ein bisschen ab hier. Holz brauchen wir immer wieder. Ach der tut ja gar nichts. Autsch. Auf den Lurch drauf gefallen. Du hast den Lurch gekillt. Ja der da unten ist böse. Ah hier ist Holz, äh Kohle durch. Da helf ich auch ein bisschen dazu. Können sie eigentlich so glaub ich jetzt kriegen. Oh der ist lieb, ach der ist lieb. Guck mal. Egal. Und da ist Kohle. Machst du jetzt Kohle abbauen hier schwarze? Oh mit wem kannst du reden ne? Oh man kann was kaufen sogar hier. Nice. Molotow Cocktail. Bomben. Oha hoa 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 hoa. Oh und man kann sogar Sachen verkaufen. Nice. Ich glaub den müssen wir uns warm halten der Typen. Oh. 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 Mit Tür. Mit E. Mit Tür. Was drin in den Ding und Ding ist? Oh. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ah der hier. Kann ich hin. Guck mal da steht sogar ne Fläche 6 für uns. Hauerhaft. Na Froschi. Na Froschi. Oh nimm. Uh. Ich glaub ich hab ne neue Waffe. Cool. Ähm. So. So. Äh. Irgendwie krumm was? So. Das Haus sieht gut aus ne? So. 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 Das Haus sieht schön aus ne? So. 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 Asis ists ... Äh. Damals. So. Eh. Ich bin nicht mehr von mir. Ich fühl doch nichts. Ja, nur... ...hier... 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 ...cool... ...hier... ...hier... ...und... ...hier... 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 Ich bin gespannt, wie viel Holz das gibt, hier. ...hier... 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 ...hoi, wie kommt man da jetzt drauf? Wieso höre ich mich doppelt? Du hörst dich doppelt? Hast du vielleicht die Tasse zum Sprechen angewacht? Jetzt? Ist es weg? Es ist wieder da? Hallo? Hat er nämlich erst der AG gedrückt oder sowas? Ah ok Ich weiß es nicht, ob ich das da Kann ja gut nirgends sein Hallo? Kann ich in die Aufnahme rein klatschen? Nee, mach doch nix Hm, wieder Credits gefunden Oha! Ja, das ist okay Oha! Ich komm zu dir Beeil mich Oha! Ich hör dich Oha! Oha! Du bist gestorben? Ja Ich Bye Bye Da wurden jetzt die ganz Böse rein Ja, mach dir die Tür auf, so blöder Frosch du So ein blöder Frosch du auch Versuchen nicht? Oh, ich bin ganz woanders, wa? Wieder am Anfang Kann es sein? Wieder am Anfang muss also rechts rum Ja Ja Ja, hab schon Ja, hab schon Oh, mit dem Schwerd habe ich gar keine andere Attacke Ach, deine Sachen hast du alle drinnen bei dir, ne? Im Inventar Warte 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 Warte, 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 ich hab weg hier fast Schon wieder Oh je, ich komm Ich fliege zu dir Ah, da bist du ja Benutze ich den Ding ans Verbandskasten Ähm, oben in die Leiste drinnen Und dann einfach mit Maus halt so hinziehen, dass du die Sachen siehst Und dann entweder links oder rechte Maustaste drinnen, wo du es halt drin hast Entweder links oder rechts den Verbandskasten Ja, und dann? Und dann einfach mal mit den Maustaste drinnen, link oder rechte Maustaste, wo du es halt drauf hast Geht nicht Hm, wo hast du Verbandskasten drinnen bei dir? Oben im Inventar, der Leiste Bum Jetzt hast du es in der Hand Und jetzt musst du link oder rechte Maustaste drücken, damit du es benutzen kannst Genau Einmal reicht, jetzt haltest du dir ein bisschen hoch, bis hier das Kreuz weg ist Okay Ich nehme mal kurz Ich nehme mal kurz Wurde Weil das einlassen wird Ich craft mal ganz kurz noch ein paar Bandkästen habe ich 28 Stück Okay, ich habe 16, ich craft noch ein bisschen So Weißt du warum das andere Vieh uns wahrscheinlich angegriffen wird? Ja, warum? Weil ich wahrscheinlich so ein Frosch angegriffen wird Hm, ja, die sind eigentlich böse die Dinger Das ist gar nicht hier Das ist gar nicht mehr da, ne? Nee, ist nicht mehr da, ne? Das habe ich ja gekippt Hattest du gekippt? Ja, ich habe ja kurz den Baum was abgeht Boah, habe ich überhaupt das Holz und alles geknackt, also? Wo? Aua, so viel Was willst du zuporschen? Nix? Okay Mach was wenn du mit dem anderen Seite, sonst gehst du aufs Haus drauf So So Hast du sie jetzt kaputt gemacht? Den Typen So wollte er uns freuen Ich habe ja schön die Couch drin neben uns Aha Kannst du hier auch alles hier mitnehmen, weißt du Müll und sowas? Oh, das wusste ich nicht Und die Türen abbauen und alles kannst du hier drinnen Ach hate tutaj Ahh Ich hab ein geerdes Shirt gefunden. Cool. Au, weiße Vogel. Aua! Komm hier rüber, komm hier rüber. Okay, er ist weg. Komm zum Heilen. Voll böse, der Vieh, du. Ich hab da gar nichts drauf. Warte, ich baue was hin. Da kommt hier einer, Vorsicht. Okay, er ist weg. Freu, freu. Kannst du mit ihm handeln, oder? Holotop. Eul-Laterne. Eine Öl-Laterne kostet 60... ...credits. Darfst du die Bett? Oh, Betten. Yellow Fairy Lights. Bomb. Trashcan. Ein Mülleimer. Ja. Soll ich uns zwei Betten holen für uns? Alles kann hier auch nicht. Schau mal, ein Wetter wie kauft, ne? Okay. Iiiiih, das ist ein Scheißwetter, das Regen zu werden. Na gut. Oh, das ist cool. Oh, das ist eine Pflanze. Guck mal. Du kannst es abnehmen. Da ist noch eine Pflanze. Hier geht es tief runter. Mhm, das ist noch eine Pflanze. Cool. Das ist nicht. Hier geht es nicht. Ich hab Astu. Ich hab mein skeleton. Vielen Dank. Es ist nicht. Biber? Ja. Ein Lieberbiber. Ein Biberbiber. Ein Biberbiber. Und du sagst, ohhhh, was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Ah, du machst Licht? Du bringst Licht in die Sache hier. Wenn seitlich Kohle zu fangen ist? Eben, dann kann ich eigentlich die Kerze wegnehmen und kann dir so die Fläche reinmachen. Ja, aha. Oh, hier ist auch was geiles. Guck mal. Oh! Hör doch auf zu kotzen, Junge. Kommst du von rechts dran hier hinten irgendwie? Ach, kommst nicht dran hier. Nee, kommst nicht dran hier. Au, jetzt drinne. Okay. Okay, jetzt weg. Oh, Entschuldigung. Oh, sorry. Ich dachte das nicht. Oh, nein. Ich darf nichts mehr kennen. Iron, oder ist das? Ah. Keine Ahnung. Also Eisen. Eisenöhre. Ich kann uns doch hier hochtrauen. Ja. 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 Sonst fällt auch in meinem Kopf. Entschuldigung. Da kommt ein schönes Häuschen in der drüben Seite. Da kommt ein schönes Häuschen in der drüben Seite. das Haus. Ja. Dann Dilim. Passt cámara. Es ist der dr chess, scherzes wegen der drüben Seite. Du, jetzt WORKst吧. Trätter der drüben Seite. Da machen die drüben Seite. Oh, ich heile mich hoch dabei. Kannst dich auch gleich hinheilen, äh, hinlegen zum Heilen, Schatz. Okay, komm mal. Oh, ich sitze auf dem Stuhl, cool. Oh, lalalala. Nice. Ja, dann machen wir hier kurz Feierabend und wir sind später wieder da. Bis dann, Freunde, tschüssi.